Nei Sakura-Navy-Issue mit Railguns und X-Large Ancillary Ui... Digga, der hat dem Reisek ne Makariel verloren Oh, Gila am Disken? Oh... Ich dachte eigentlich, da kommt... Da kommt mit... ...noch mehr? Ja... Ja, hab ja gedacht... Das heißt nur... Ach, da ist die Roman... Oh Mann... Wo ist er? Landet auf 0... Oh no... Ah, ist er... 24... Point auf Omen... Äh... Point auf Gila... Die Runden sind draußen... Jawohl... Ja... Er geht aber nicht auf mich... Ja, er geht auf mich... Ja, ja... Ich hab auch nicht auf mich... Point of Omen... Hat irgendwer anderer Point of Omen? Weil dann... Ich die Gila pointen... Ja, ich versuch's... Ja, die Omen soll... Soll eigentlich Frigatten ziemlich gut killen... Ich brauch den auch Staff... Ah, ich hab... Ja, aktuell nicht... Ne... Keine Sorge... Wenn sie's da brauchen... Schreien sie einfach... Dann komm ich... Point of Omen verloren... Aber ich hab ihn wieder... Ich... Habt ihr die Gila gepointet? Point of... Point of Gila... Point... Point of Gila kommt... Ich hab schon... Können wir zum müssen... opers... Ja, ja... Neue Mal sagen ich möchte... Ich will tuna nicht mal machen... Ich hab das... Oh no... Geht das richtig? Geh mal kurz Ach ja Sooo Der ist weg Schade Der ist gewarpt Ja Der hat einen Punkt verloren Ja, ich musste warpen, weil Er hatte mich fest Du hast gesagt, da hätte ich einen Punkt drauf gemacht Ich war doch in der Nähe Schau Ja, warum hast du dann nicht? Ich meine, wenn du eh schon dort warst Es hieß Punkt, Punkt, Punkt Und du kriegst auf Drohnen Die Finger Hä? Ja, aber dann machst du doch den Punkt nicht auf die Drohnen, oder? Nein Ja, sorry Gefuckt Ich loote mal die Drohnen Ich loote mal die Drohnen Ich loote mal die Drohnen Nein Ich loote mal die Drohnen Alles Ich schlau'